Okay, ich habe diesen Pisser ja angerufen und, wisst ihr, er konnte nicht tanken, er konnte nicht volltanken, weil durch unsere Crowdfunding-Kampagne noch nicht genug Geld reingekommen ist. Oh Mann, Leute, da, 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 da seht ihr mal, was ihr angerichtet habt. Keinen lumpigen Euro wollt ihr uns gönnen? Was heißt nicht, diese Mittelmäßigkeit, dieses Idiot-Tum. Oh Mann, jetzt sehen wir die auch noch, jetzt ist auch noch die Ampel rot. Okay, Leute, ihr, ihr, so habt mich fast so weit, ich breche diesen Scheiß ab, ja, da, da, könnt ihr mal sehen, wo ihr bleibt. Und die kommende Ausgabe der Nahtanks, die wird einfach nicht erscheinen, ja, die wird einfach nicht erscheinen.